Frenetischer Applaus für den neuen Superstar. Gareth Bale trifft am Freitag am Trainingsgelände der Tottenham Hotspur ein und wird von gut 50 Fans begeistert empfangen. Neben tosendem Applaus feiern die Fans die Rückkehr ihres verlorenen Sohnes mit zahlreichen Gesängen. Die Rückkehr des walisischen Fußballstars ist wohl nur noch Formsache. Wahrscheinlich ist wohl ein Leihgeschäft der Spurs mit Real Madrid. 2013 zog er für die damalige Weltrekordablöse von 100 Millionen Euro zu Real Madrid. Nun, sieben Jahre danach, ist er wieder zurück an der White Hart Lane. Das ist in. Das ist in. Das ist in. Untertitelung des ZDF, 2020